Yes. It's Metal Gear Zeit. Ich kann's kaum erwarten. Wir haben richtig viel Progress gemacht. Wir haben zwei neue Räume gefunden letztes Mal. Und vielleicht werden es heute noch mehr. Aber man merkt, das Spiel neigt sich langsam dem Ende zu, denn es wird anspruchsvoller. Wir lassen noch jetzt häufiger mal leben und es ist auch wirklich sehr, sehr schwer. Ja, aber es geht um nicht weniger als die Weltenrettung. Hey, da kann man sich mal ein bisschen mühen. Ich bin wieder am Pet. Du bleibst. Ja, gerne. Bist du auch jemand, der es hasst, wenn Leute Pet sagen? Ich komme noch aus so einer Zeit. Joypet. Das ist kein Pet. Das ist ein Controller, der hat Sticks drauf. Das ist kein Pet. Ich sag Joypet. Ich auch. Ja, wir sind halt oldschool. Ja, ja, ja. Oh, ich hab mir das schon hell mal anhören müssen. Ach, ist das schrecklich. So, wir sind, ich gucke mal einmal kurz, da sind wir. Wir wollen ja irgendwie dahin, ne? Oder müssen wir jetzt diesen komischen Umweg gehen? Ach doch, Stratoilfans. Ja, ja. Da war irgendwas mit dem Oilfans. Ja, da musst du lang. Und nicht wieder schwimmen. Oh nein! Gut, freuen wir uns da auf. Wir haben immer noch die Tochter, die Schwester von, äh... Tochter. Amerik. Und haben das Problem, dass wir hier... Ich erinnere mich so, als wäre es vor einer halben Stunde gewesen, ne? Dass du hier... Da war ein Raum... Und da waren Feinde. Äh... So, das wird's gewesen sein, oder? Dass die Silenced auch nur eine Schlafknarre ist, ist auch schon wieder so... Das hat das Spiel wahrscheinlich damals von der Indizierung gerettet, weißt du? Das ist wesentlich brutaler als GoldenEye, auf jeden Fall. GoldenEye. Davon machen sie das auf, häng? GoldenEye. Ach, GoldenEye. Das war... Das war noch ein Spiel. Da müssen wir jetzt durch die Klappe. Das war noch fischig. Du glaubst, es gibt schon die Funktion, Leitern schnell runter zu rutschen. Ich habe eine Frage für dich. Was ist es? Wie fühlst du über die Höhe? Ich kann nicht sagen, ich liebe Höhe. Die Wasser ist höher auf meiner Phobias-Liste. Warum? Na, wir müssen eine Höhe nach unten. Wie weit unten? Ein bisschen. Warum fühlst du, dass wir diese Gespräche vorher hatten? Wie klein ist klein? Über 130 Meter. Ich glaube, du kannst es tun? Würdest du nicht für eine Antwort nehmen? Wie sind deine Läge? Das ist besser. Die Läge ist weg. Ich kann auf meiner eigenen. Okay, folge mir. Ich weiß nicht, was es genau ist, Colin. Aber irgendwas haben diese Dialoge an sich, dass die mir Lebenslust rauben. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. Aber irgendwas sieht mir auch scheiße aus. Bei ihr geht es ja sogar. Ich weiß, ich... Mich... Also, sie reden sehr viel. Gut, das tun andere auch. Wieso hat er so einen krummen Rücken? Und warum ist... Weil er so auch Treppen hoch und runter geht? Weil er... Ja, aber auch die Soundkulisse so. Gut, das mag jetzt sein mit einer großartigen Anlage, aber dieses... Dieses Möwen-Geschrei und diese... Das ist schon geil. Ja, Snipern. Oh nein! Oh Gott. Ich gebe dir Power Shots mit. Das ist Rhyden. Du lebst mich? Ja. Was ist? Wir haben es nach der Bühne von Strut L. Wir müssen die Wasser auszudrücken. Kann Emma walken? Ja, sie ist okay. Die Ponteun-Bridge ist nicht zu stark. Emma wird es nur zu langen. Genau. Die Ölfenste. Es gibt Ciphers und mehrere Garten. Rhyden, du hast einen PSG-1, oder? Ja. Es ist Zeit für Sniper. Ja. Nicht schlecht. Aber dafür war das noch mal so im Kreis. Danke für den Tipp. Wofür soll ich, um die wegzuballern? Oder nur, wenn ich selber drüberwiegen, damit du nicht durchläufst? Wie? Du bist schuldig. Was, wenn ich ins Meer falle? Ich kann nicht schwimmen. Du warst ziemlich gut vor ein paar Minuten. Okay. Ich denke, du kannst es tun? Kannst du nicht für eine Antwort nehmen? Nein. Okay, gehen wir. Wir werden gut. Nein. So. Oh Gott, finde ich das schon sehr. You can do it if you really want, but you must try. Pass auf, pass auf. Oh Gott, das ist genau das... Oh, du kannst auch noch anzoomen, ne? Ja, noch mehr geht aber. Ja, dann wackelt es nur noch mehr. Was ist die denn überhaupt? Oh Gott. Okay, jetzt musst du den töten. Das geht auf dein Gewissen. Emma! Emma! Willst du noch mal? Mach du mal. Komm, das sind deine Sachen. Ich bin zwar eigentlich ein Meister des Snipers, aber... Ich bin halt wirklich gut, ne? Wo muss ich denn... Kannst du dir also auch direkt hinter ihr her, oder geht das nicht? Ne, die darf ja nur allein auf die Brücke. Also musst du jetzt erst das Ding weg... Doch ballern, das Claymore-Ding weg. Oh shit. Hä? Ja, ja, ja. Mit Kreis, 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 Kreis. Wo siehst du da eine Claymore? Ja, sie ist ja in eine reingelaufen. Ne, sie wurde von jemandem geeignet. Ne, ich glaub da war eine Explosive. Was schön ist das checken? Was willst du? Ja, aber wie willst du die denn wegmachen? Ja, vielleicht musst du von der Seite tatsächlich... Von der Seite wegschießen. Wie von der Seite? Ja, die Claymore zur Sprengung bringen. Erst mal mit dem Snipergewehr auf die Brücke schieben. Du siehst die ja nicht, die Claymore. Ja, versuch mal von da, vielleicht... Hä? Komm ich doch gerade. Da steht nicht, was du meinst. Aber so richtig die Brücke absuchen, vielleicht ist es ja... Wo denn? Links? So, siehst du da? Irgendetwas. Ist nix. Und noch weiter raussuchen? Alter, ist das dumm zu steuern, ey. Sag dir, da ist nix. Sorry. Okay. Ich glaube, man muss den Typen killen, oder? Ja, kannst du ja, ja. Probier mal. Vielleicht ist das... Das wäre cool. Ich meine, sie tritt auf irgendwas, was explodiert. So. Und du kannst ja nicht an ihr vorbei. Okay. Oh Gott. Ist das der richtige Sensor? Ah, Sensor sind links. Ja. Das ist das C4. Aber die Claymoths waren die... Aluminensensoren, ne? Das hier ist es. Weil du hoffst, dass wir jetzt eh... Bist du trotzdem... Alter, wie krass das einfach wackelt. Wenn ihr denkt, dass ich mich bewege, dann denkt ihr falsch. Nur um mal zu zeigen. Ja, ja, ja. Meine Hand ist weg. Das macht der alles automatisch. Was passiert denn, wenn du auch auf den Fernseher gehst? Du kannst ja nicht an ihr vorbei, ne? War nicht der Sinn, dass die alleine auf den Fernseher... Ja, ja. Ich habe es auch so verstanden. Und dann hieß es, watch for the Claymoths. Aber das hier jetzt da einfach... Anstatt die ab... Wirklich... Ey, wir müssen den einfach mal jetzt killen. Das wäre ja nicht so schwer. Aber kann der nicht irgendwie die Luft anhalten, dass das aufhört? Vielleicht kannst du nicht... Oh. What? Alter, das ist nicht zu steuern. Halt. Schrecklich. Oh Gott, das ist so schrecklich. Oder wenn ich jetzt fühle, ist das ein bisschen geduckt. Ne. Ach Gott. Hä? Ich habe noch nie so eine beschissene Sniper-Rifle-Steuerung in meinem Leben erlebt. Noch nie. Ja, es ist leider... Also völlig übertriebene Wackelei ohne irgendeinen Grund. Au. Es ist quasi nicht zu zielen. Ja. 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 Jetzt bin ich aber gespannt, ob das jetzt irgendetwas ändert. Aber du kannst da gar nicht drauf. Das kann doch nicht sein. Hm. Hm. Vielleicht musst du oben. Von oben drauf gucken. Oder du brauchst... Pass mal auf, wir gucken jetzt mal einmal ganz kurz. Also wir haben den Detektor, aber der Detektor funktioniert ja nur auf der Minimap. Ne? Also der kann es eigentlich nicht sein. Das ist der falsche Detektor. Ja. Ja. Playmore. Wir haben ja den Radar gar nicht, deshalb ist es ja sowieso... Deswegen ist das ein bisschen komisch. Aber wir können natürlich mal... Haben wir denn hier noch einen... So ein Scope. Also das man überhaupt malt. Das haben wir hier gar nicht. Was suchst du denn? Irgendein... Was ist denn das hier? Also. Schwaches Licht, Sicht im Dunkeln. Werbequellen. Ha. Das ist ja sehr gut. Colin. Ah, jetzt sehen wir sie. Okay. Okay, das ist ja super. Viel gespart. Alter! Was denn? Achso, falsche... Falsche Taste. Denk an den Typ auch. Ja gut, aber... Ich kann kaum... Alter. Alter. Wer ist denn? Was? gigantic. Die. Mann. Jan. Mann. Mann. Das war's. Aus Ausgepillen, die das Shaken kontrollieren Haben wir gesehen das? Das ist Pentazamin Okay Dann schmeißt doch schnell einer ein Das hast du natürlich Jetzt geizig So Wo Ein Pentazamin Stück So Wups Wups Was bringt Oh ja Und Ja Kannst du auch den Typen wechseln Aber Kannst du auch den Typen wechseln Aber Kannst du auch den Typen wechseln Kannst du jetzt das Pentazam Alter Wolle bist du mich verarschen Kannst du auch den Kopf zielen Die Sonne So Da ist noch ein Hinter der Brücke war noch so ein Kein Schuss mehr Ah Ich hab wieder Schuss Mhm So Wo hast du noch was gesehen? Hinter der Brücke Ja da Links weiter links Weiter links links Da Ah Pentazamin ist weg Mhm Oh Jesus Das ist So Hilfst du jetzt? Nice and clear I've reached my sniping position on strut E Top Dann muss ich ja nicht mehr tun Do me a favor And take out whatever I miss Just call me when you want me to shoot Nimm doch nen Pentazamin Nimm doch nen Pentazamin Du mit deinem Trugel Ja Aber was soll denn das jetzt hier noch unnötig Das in die Länge ziehen Wofür brauchen wir es denn sonst Ich verstehe dich Äh Man kannst du nicht einfach dieses merken Was ist das? Unten das Ding Der war echt nicht aggressiv Der Mein Leben Dann noch mehr Der war auch einfach eine Respawn Das ist ja doch ne? Ja So das war's Darf ich jetzt eigentlich nachkommen nur ne? Kannst du glaub ich gar nicht runter Bis sie nicht am Ziel ist Das könnte natürlich sein Da oben ist noch jeder Ja Jetzt kannst du den anrufen und sagen Chill sie Ja du hast eigentlich recht So Ja Ich kann es nicht alleine anrufen Okay Ich werde es sich anrufen Ich werde dir zeigen, wie es Snipern sollte Snipern Schau mal Mein Snipernungsgefühl wird auf die Umgebung, die du durch den PSG-1 schaust Schau mal Schau mal auf Emma Schau mal auf die Umgebung, auch während ich schaue, okay? Scheiße Schießt du oder er? Er war echt Ja Wo ist sie denn? Du sollst sie doch im Auge behalten Kann der denn irgendwo Ach ich weiß jetzt auch nicht Keine Ahnung wo sie ist, da Alter wie das Spiel da hinten raus Zeit rausholt Oh, hab keine Lust Oh, hab keine Lust Schießt er oder du? Das bin ich. Das sieht man. Das war er. Hi. Ich muss sagen, keine Sekunde zu lang in dieser Part hier. Da hat sich jemand hingesetzt und genau gecheckt, wie lang macht das Spaß und ab wann wird es nervig und diesen Moment perfekt abgepasst. Wir wissen alle, dass gleich noch so etwas richtig Beschissenes passiert. Irgend so etwas Schweres wird so ganz am Schluss gleich noch dazukommen. Sag es dir. Damit man es noch mal machen muss. Ja, genau. Wo gehört sich das für so Eskort-Missionen? Ich hatte mal eine Esk... Ach, das ist egal. Korthose in S. Ja. So. Haben wir es doch. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Ich will nicht, das kannst du machen. Hallo Quazol und dann rein. Oh, nein. 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 Das war doch jetzt wirklich... Tja. Das geht auf deinen Mist. Nee, er stellt der Snape aus. Der Snape. Und er verpisst sich direkt. Ja. 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 Das war's gut. Ich bin Angst, dass ihr Zeit langsamer. Ich werde da sein. Snake, was ist deine Situation da? Emma scheint zu tun, um, etwas zu tun. All we need now is your disk. You better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Achtung, Wache. Mhm. Unter dir ist das. Mhm. Äh, müssen wir wo hin? Ach, hier können wir das wegnehmen. Oh, ist das? Die DG-Camera. Mal gucken, was das ist. So viel Zeit muss sein. Nein. Hat's natürlich jetzt wahrscheinlich auch gut an Sachen dran sind. Kann jetzt gerade... Kann sein, aber hab ich dafür nicht aufm... Ähm, hab ich dafür nicht so einen Scope auf? Stinknormales. Mhm. Ähm, wo müssen wir denn hin? Was hat er gesagt? In den Raum, ne? In die... Äh, in den Mittelraum, ne? Stopp. Ähm, wir haben doch jetzt... Das hier kürt die Karte drin. Wollen wir mal was zurückkommen. Hm? Hm? Hup, quick! Es ist die andere. Anni-Dev. Letzterste Problem. Schreie. Was wrong? Writen! Writen! Den, 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 den! Ja, du fien! Halt! Das ist noch 245 Stunden Zeit. Ich weiß nicht, ob wir Bomben liegen. Aber wir sind in die Mitte rein, ne? Da ist ein Loch. Das wäre zu einfach gewesen. Müssen wir von der anderen Seite da rein? Kommt leider in den Weg. Das müssen wir hier drauf aussetzen. Pass nach. Wir können es auch alle haben. Wie macht das? Der Walkman aus, oder was? Könnte das Sound perfekt sein? Komm mal auf die Karte. Ja, ne? Von unten rum. Einmal komplett unten rum. Ja, oder am Geländer vielleicht. Ah, das könnte natürlich sein. Ich muss mal dringend auf die Toilette. Ich glaube, ich kann es nicht aushalten. Verspannung. Ja. Ja, Geländer. Wie ist es noch rüber? Dreieck. Ah, du schaffst das kurz, das Geländer. Ich geh kurz für kleine Flötenjungen. War ja klar. Das wär ja auch zu einfach gewesen. Aber ich probier mal einmal, ob ich sie... Hier fahre ich die Flecht gerade. Wenn ich sie doch wegsnipe, und dann... Ich hab einfach keine Lust, den Umweg zu gehen. Muss ich mal probieren. Ich bin doch nicht bereit, es hier aufzugehen an dieser Stelle. Erstmal natürlich die Ration. So. Sobald jemand nicht mehr neben einem sitzt, ist man motiviert, mehr zu reden. Und zu beschreiben, was man macht. Und wahrscheinlich streamen. So. Alleine. Ich kenn das ja nicht so. Aber ich merke es gerade. Um euch daran teilhaben zu lassen an meinen Gedanken. Das ist bestimmt unfassbar interessiert. So. Jetzt aber. Ich probiere jetzt mal einmal doch noch das, was eben nicht geklappt hat. So ein, zwei, drei von den Kackpissern da wegzuschneiden. Ah, Mann. Immer dieses... Ah, Mann. Immer dieses... Oh, das ist extra so... Besser. Alter. Alter. Alter Eumel. Aber ich kann auch einfach zwei Chefs werfen. Vielleicht geh ich da erstmal hin. Schmeiß dann noch eine zweite. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Okay, 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 okay. Ist das jetzt die erste, die wir werfen? Kein Problem. So. Oh, das ist ja natürlich genau so... Vielleicht kann man das, wenn man richtig Glück hat oder richtig gut ist. Und der Standardweg soll eigentlich sein. Gehen Sie unten an der Stelle her. Aber... Noch habe ich das Gefühl... Hier... Könnte ich doch jetzt drüber. Und wenn ich jetzt hier einfach den Gallen... Okay. Okay. Das war doch schon mal nicht so schlecht. Jetzt sind wir nämlich genau da. Und jetzt... Ich speichere es ja automatisch. Da ist ja ein richtiges Missgeschick passiert, Colin. Hast du vergessen, die Hose runterzuziehen vorher? Nee, aber ich habe mir beide Hände verstaucht gerade. Verstaucht? Verstaucht. Also irgendwie... Beide kann ich... Wie bei Solid State. Sorry. Ich habe mir beide Hände verstaucht. 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 Ja, irgendwie... Also ich glaube, ich kann gar nicht mehr zocken jetzt. Weil das... Wie konnte das dann passieren? Ja, schwer gehoben irgendwie. Und dann überhoben. Oh, das ist natürlich dramatisch. Ja, es ist leider auch das erste Mal, dass mir das passiert. Ist so richtig unglücklich. Ähm... Ah, da sind ja Wasserasseln. Wo sollten wir nochmal hin? B2? UB40. Red, red wine... Schrecklich. UB40 ist super. In Kingston town... Wenn ich... Duh... 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 Was? Und wie folgen sie sich super. Duh... 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 So, aber gucken wir erstmal, ob sie wirklich sterben. Iiii... Glaube ich nicht. Aber Parrot kennt den Code. Ich bin hier. Was denn? Äh... Arlo und Spot... Und Chaos. Boah, Arlo und Spot ist aber auch traurig. Jaja schon, aber ich hab auch schon gedacht... Emma hat alles gesagt, dass alles, was du tun musst, ist, in die Dschung. Das sollten wir alle eine dunkle Seite in die AI setzen. Ist das wichtig? Lass es einfach zu Emma. Ein Antibodagent? Es tut mir leid, ich... Ich fahle mühlich weiter auseinander. Ich glaube nicht so. Die Zahl ist auf 90%. 90? Ich glaube nicht, dass Emma keine Fehler gemacht hat. Aber ein Teil des Worm-Klusters könnte, nachdem die Dschung die Emas Hände verlassen hat. Von den Patrioten? Wird das Virus noch funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Wie ist... Ist alles okay? Äh... Es ist okay. Alles ist okay. Gut. Zumindest... Ich werde noch eine andere Seite zu unserer Familie schwarzen Geschichte. Ja, das ist richtig. Bei dieser Vamp-Kampfkarte war aber auch so richtig... Wirklich nur, um sie zu verwunden, ne? Und das... Stellt sich da einfach hin und wartet, bis bei ihm genug... Ich glaube nicht, dass wir können. Unabhängig, dass jemand drin uns eine Hand gibt. Hal... Ich... Ich habe immer... Was ist das? Ich... Ich liebe dich. Ich wollte dich wiedersehen. Ich wollte dich wiedersehen. Ich... 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 H economy... Ich... 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 Du... Mein... Auch diese völlig uninteressanten Side-Character-Neben-Stories. Der Doktor, der eine Affäre hatte mit seinem Vater oder was weiß ich. Das interessiert einen doch überhaupt nicht. Stattdessen wird der Hauptcharakter aus dem ersten Teil komplett ignoriert in diesem Spiel. Jetzt lassen sie den Papageien frei, oder? Jetzt ist er frei. Ja, ja. Du bist jetzt frei, Mann. Er ist noch das Emotionalste im süßen Papageien. Wolle. Wolle. Wir werden nicht alle abholen können. Wir müssen nur so viele, wie wir können. Meine Schwester... ... wird nicht mit uns kommen. Wir werden den Countdown kurz beginnen. Aber es ist gleichzeitig ihre Schwester. Also hat er was mit seiner Mutter? Ich hab's auch ehrlich gesagt so verstanden. Aber nee, sie hatte doch irgendwie gesagt... Ich bin immer der Überlebte. Warum Wolf? Sniper Wolf. Das war noch. Du hast deine Arbeit, wir haben unsere. Du hast... Ich würde nur in deinem Weg... Ich würde nur in deinem Weg... Das ist falsch. Nur du kannst dich schützen, diese Hostage. Verstanden? me right listen the two of you won't be able to destroy that thing eliminate the enemy that's your only option yeah we continue inside snake will be back on it in a new adventure called snake returns hey guys you're right leave it to me men class deine schwester geschwung gestorben aber hier ist auch ein cooler high five so eine männerfreundschaft finde ich auch schön we're the same You and me, baby, ain't nothing but mammals. Let's do it like the door, but we cover the channel. Let me wait now! Meine Güte! Jesus Christ. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. Four years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. And I wish I could do that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. Ich hab da als Trainer versagt. Ich spiel auch sehr häufig Schach und geh jeden Tag danach mit Selbsthass ins Bett. Prioritäten stimmen da nicht. Ich seh'n so viel anderen Quatsch machen. Und damit sollten die Hoffnung schwinden. Ich hab den Geist. Oh, guck mal her. Was der... Arsenal wird uns wegnehmen. Wir brauchen noch ein paar Dinge. Diesmal... Wir verlieren uns. Snake, was ist das alles? Heiß wie die Sonne von El Bahá... ...verführt von deinen Küsten... ...süß duftet der Jasmin. Verdammt! Was ist denn jetzt los? Oh, guck, pass auf! Du! Bereit für ein Schutteye. Wer ist er? Olga! Ja? Wieso hat sie jetzt Raiden gekillt? Ich hab keine Ahnung, das ist eine der... ...zahlreichen Wendepunkte dieser Geschichte. Weil irgendwie sie mit Solid zusammenarbeitet... ...mit Snake. Aber vielleicht ist das natürlich auch... ...von Snake wieder mehr. Jetzt geht's richtig ab hier. ... Ja, oh... ...kann ich schon. Ähm... ...findeste Foto, aber... ...weiß wirklich nicht, was du hier überführen sollst. ... Jack? Du w tales mir? Zulich willst du jetzt über deine Mitarbeiter zu retten? Ja, um... ... Wir haben keinmal gespeichert, ne? Ich will es gar nicht übernachten. Das hätte alles passieren können, ja. Er ist ein operativ nicht existent, von einer nicht existenten Organisation. Ich habe das schon erwartet. Aber ich weiß diesen Mann. Hm? Wache ihn. Es ist schon lange, nicht wahr? Jack the Ripper? Das ist Liquid Snake. Mhm. Du kennst diesen Mann? Du erinnerst mich, nicht wahr? Du hast gewachsen. Höhe Konzentration von cerebrischen Implanten. Haben sie auch deine Erinnerung verändert? Ist das so richtig geknüpft? Mhm. Also wenn Y immer noch Y ist. Das ist jetzt Solidus, ne? Oder wie war das? Solidus. Ja, du hast gut. Das ist mein Kind. 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 Ich gehe auf einen Nanocommunikation. Das ist mein Kind. Ich gehe nach dem Namen. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Ein Eingang? Ich bin selbst für deinen Undersatz. Die Undersatz? Die und du? Der Koronel? Nein. Der Patriots? Der Patriots. Ich lege meine Begriffs? Mein Strafieren. Aber ich sie verabbelang durch. Warum? Meine Kindheit wird durch die Patriots verletzt. Es begann zwei Jahre lang, als ich meinen Vater verloren habe, während der Tanker-Incident. Meine Männer und ich hatten keine Ahnung, also wir mit den Regeln mit einer illegalen Russischen Organisation. Die Russische Mafia? Something so. Actually, ich habe viel später gelernt, dass es eine subordinate Organisation der Patriots ist. Ich habe es erwartet. Wenn ich meine Kindheit geboren habe, ist es, dass ich in einem Krankenhaus verloren habe, bei den Patriots. In der Morgen, meine Kindheit wurde weg. Meine Baby ist in diesem Lande geblieben. Habt ihr immer mit dein Kind? Nein. Once a month, sie senden mir ein Bild von meiner Kindheit via Netzwerk. Ich habe nie sogar die Kindheit in meinem eigenen Arm. Ich verstehe. Given deine Situation, niemand kann dich für was du getan hast. Nein. Das ist deine Meinung. Was über Snake? Ich dachte, Sie waren die Enemies. Er war nicht verantwortlich für mein Vater. In der Fall, wir ihm unsere Leben verdienen. zwei Jahre lang, sie waren verantwortlich für uns aus dem Tanker-Incidenten. So, Sie waren Partner seit dem Fall? Nein. Ich habe nur die Wahrheit kurz vor dem Zeitpunkt. Huh? Als ich ihn hier konfrontiert habe. Ich bin hier. Sie kämpfst mit Snake? When? Well, es war während der Zeit, Sie standen mit der Frau. Snake. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Die Patriots würden das als ein Fehler auf meine Seite beurteilen, und meine Kindheit beurteilen. Begum es einfach, meine Kindheit der Leben betrifft auf deine Erfolg. Also hast du alles für deine Kindheit gemacht. Aber warum würde die Patriots helfen mir? Sie glauben, dass ich Solidus ausfüllen? Nein, du bist wie ich. Wir sind nur Pawns. Pawns für was? Der Plan S3. Du kannst es herausfinden, später oder später. Aber ich weiß, ob du es aufhören. Ich weiß, dass ich die Wahrheit verletzt habe. Was hast du gesagt? Listen, wir haben nicht Zeit für das. Solidus wird seine Anwalt anwenden. Er muss sich aufhören. Was ist das Virus? No results so far. Ich denke, die Patriots haben die Programme verletzt. Will es funktionieren? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich aus dem Ding. Not yet. Ich werde deinen Restrains verlassen, nachdem ich das Haus verletzt bin. Wo ist meine Geräte? Snake hat alles. Ich konnte es nicht hier bringen. Und wo ich finde Snake? Die Passage-Way-Ahead führt zu einem Hangar. Er wird dort warten. Ich habe ihm eine Karte-Key für den Hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal-Gear? Nein. Auch für Snake ist es nicht möglich, dass das Ding komplett verletzt werden. Die einzige Möglichkeit ist, dass Solidus und seine Männer verletzt werden. Was sollst du? Stay Concealt. Das ist mein Rolle. Ich kann noch nicht weiterentwickeln. Olga, du kannst das nicht behalten. Sie sind bereit, dich zu finden. Hör, ich werde dich in ein wenig Zeit freien. Befügt dich. Ja gut, besonders viele Tasten gibt es nicht, die du jetzt benutzen kannst. Warum ist das Ding? Es ist unglaublich. Drafting kleine Kinder, senden sie zu Krieg? Es ist nicht möglich unter internationalen Konventionen. ICC-Geräusche nicht viel in Krieg. Niemand hat mir gesagt, dass es über 300.000 Kinder in Krieg gibt, gerade jetzt. Ich war nur einer von ihnen. Also, du erinnerst. Ich dachte, dass deine Erinnerung sie durch sie manipuliert wurde. Es war. Aber ich habe ein Geheimnis jeden Tag. Pieces des Vergangenes. Ich kann nicht zusammenhalten. Warum hast du mir gesagt? Du kannst nicht begrennt, um zu verstehen. Du wirst das nicht wissen, bis du mich probierst. Ich wollte dich nicht verletzt. Es war nicht wirklich ein Grund, um mich zu kämpfen. Nur dass jemand eine Kugel in meine Hand gelegt. Und dass jemand... es war ihm. Es war nicht dein Geheimnis. Wenn ich den Tag verletzt habe, bin ich verletzt, verletzt und habe ein Bett zu essen. Ich denke, dass ich nur sechs Jahre alt war, wenn ich mein erste AK eine Kugel habe. Aber ich bin auch nicht sicher von dem. Jack... Ich bin nicht wie Snake. Ich habe niemals gefragt, warum wir gegenwolliert. Es gab keinen Ziel, keine Weg zu gehen. Sie geben dir eine Kugel. Du fragen, wie viele zu töten. Wenn du nicht, du bist derjenige, die sie in der Tat. Es ist okay. Keiner schlucht dir. Wir haben einen Film von Hollywood-Action-Filmen jeden Tag, der Kind mit Macho-Günen und Großbritannien. Sie nennen es Image Training. Sie haben uns aus dem Grund auf, in die Mächte zu töten. Wir sind einmal ein Mal ein. Ich kann immer noch den Pfeifen, die sie in die Küche verbunden haben. Pfeifen? In die Küche? Die Pfeifen hat eine Tollein in es, um es zu hohen. Es hat uns gebraucht, kontrolliert. Oh, mein Gott! I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. It's too late for that. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now, and I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It's too late. I'm a killer. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, you know, about what I've done. Oh, God. The last two years with you. It's been more than I've ever hoped for. Oh, please kill me. But I can't go any further. Dieser Pathos in jedem Satz. Ich muss so kotzen. Es ist so scheiße einfach. Jedes Zirkel ist besser geschrieben. Hollywood-reife Dialoge. Wir zeigen, was mit dem Medium Videospiele alles möglich ist. Hideo Kojima schafft es, spielerisch Grenzen zwischen Film und Spiel verschwimmen zu lassen. So. Oh, wir fallen doch mal die Augen zu. So kotzen. Stamm. Willst du ein Lörris sehen? Gibt es zu. Du gehst schon doch in so komischen Winkeln, wo man denkt, du hoffst, dass da irgendwie mal so ein kleiner, ein kleiner Connichon da noch sichtbar wird. Nein, 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 nein. Erf, nein. Kleine Zipfel. Jetzt wird es endlich mal ständig hier. Raiden, Raiden, do you copy? You must continue your m-mission. M-mission. I lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? that I've never met you in person. Not once. Hmm. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Naked Snake. Oh, no. Naked. Raiden. Raiden. Kein Risiko eingehen. Du bist so still, Colin. Weil ich gerade gefessigt bin, einfach auch ein bisschen von dem, was jetzt ist. Kannst du die nackt wirken? Nee. Nein. Nein. Er kann ja nichts tun. Raiden, rutsch das Spielkonsole jetzt auf. Was hast du gesagt? Die Mission ist bereit. Du hast die Power jetzt. Was ist falsch mit dir? Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, wie es usual. Du wirst deine Augen zu spielen, so nah an der TV. Was bist du? Right, etwas passiert mir letzte Woche, als ich nach Hause kam. Ich hatte ein paar Kilometer zu gehen. Ich sah mich und sah ein blödinger Objekt in der Skye, nach dem Westen. Es war sehr irregulabel. Suddenly, es war ein intensives Licht all around mir. Und als ich nach Hause kam, war ich nach Hause. Was denkst du mir? Huh? Okay, vergiss es. Infiltrate die Feindforscher, Träger, die letzte Wege, hier. Das war jetzt aus Metal Gear auf dem NES, was du gesehen hast. Nein, nein, nein! Jeff, bitte antworten! Nein, aber nur einmal kurz zum nächsten Speicherpunkt. Du weißt doch mit dem Speichern. Ich zieh mir nicht nochmal die ganze Sequenz rein. Wir haben's gleich. So, pass auf, dass wir alles gehört. Da, Colin. Geht da weiter! Wir hätten in die Richtung müssen wir denn, was glaubst du? Hättest du doch jetzt einfach erwürgen können. Ne, ich kann nicht erwürgen. Aha. Weil dann der Lörris runterfällt. So sieht's nämlich aus. Variety Level 13. Rescue Meryl. The Return of Ginola. Meryl, die gab's nicht. Dunke Erinnerungen an irgendwie, wie gut die Meryl ist. Woa sind die Meryluец ist. Woak. 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 Ah, ich hab fast durch die Tour gerutscht. Keine Sorge. Ja, ja, ja. Ich kann das hier noch ein ganz bisschen. Jetzt wird's ja gerade ein bisschen freaky. Auf die gute Art und Weise. Ja. Infiltrate. Die... Das hört man schon. Jetzt geht's nochmal hoch. Ja. Das Problem ist genau, dass man da... Okay, da müssen wir natürlich aber nur... Oh, pass auf. Ich bin nur was, was ich schon kennen und was neu ist. Aber ehrlich gesagt. Du hast das Spiel seit langem gespielt. Hast du nicht was anderes zu tun mit deinem Zeit? Den, der muss ich auf jeden Fall in der Linke noch halten. Bye bye. Pass auf, weißt du was ich vorhabe? Ich glaube, ich muss unten lang. Kannst du dich auch rüberschwingen, oder? Ah ne, er kann ja auch... Er kann seine Hände nicht nutzen. Nein, ich glaube das gleiche. Ich finde es irgendwie abgefahren, weißt du, so dieses leichte, bizarre Wendungstechnische gerade. Das hat ein gewissen Schad, findest du nicht? Perfekter Zeitpunkt auch. Ja, ja, absolut. Übrigens, Raiden, was ich dir noch sagen wollte, während du nackt ums Überleben kämpfst. Deine Frau ist fremdgegangen. Bitte, bitte. Ach, Mann. Da musst du besser spielen. Ja, ich hatte kein, ich dachte jetzt, das ist, nein, auf der Brücke übrigens kann man nicht den geilen Das ist super? Gerne. Also, hier einfach hinten links und dann auf die andere Seite. Ach, Gott, ich hatte so drauf gehofft. Wo muss ich denn hin? Hinten links. Wenn du nicht alles einsammeln willst. So, jetzt an ihm vorbei. Genau, rechts, rechts vorbei. Und weiter. Und weiter. Und verstecken. Das war ein bisschen zu gierig. Aber du kannst mit X, du kannst den geilen, das kannst du machen. Also, du bist da, du bist links hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt einfach noch auf die andere Seite. Ja. Jetzt? Genau, da, glaube ich, war der Gang aus. Es ist, es ist, es ist nicht so schwer. No! Jack, bitte answer me! Achso, ich hätte da... Mhm. Woah! Hahaha, das war natürlich... So, jetzt drehst du dich schnell wieder um. Genau, das war eben... So, jetzt, jetzt, jetzt. Scheiß auf das Ding da hinten, bitte. Ja, geil. Hm? Wer ist da? Da hinten... Kamera? Glück gehabt. Sehr gut. Oh, nein. Die Türchen gibt's ja. Komm weiter. Wie? Wieso? Was hat dich jetzt gesehen? Kamera über dir. XI weg! XI weg! Das war nur da durch. Die Scheiße. Danke. Danke. Infiltrate. The enemy. Mhm. Guck mal bitte. Guck mal bitte. Ja. Even my patience has its limits. I guess... I guess... Variety... Das Spiel will verhindern, dass wir das Spiel durchspielen. Jack, it's me. Aber ich habe gelernt, dich zu lieben. Ich verliebte mich ja nicht. Aber ich habe gelernt, dich zu lieben. Einige Dinge habe ich niemandem gesagt. Pfff... Tief im Innersten verletzte es mich, diese künstliche Umwandse weiterzuspielen. Tief im Innersten verletzte es mich, diese künstliche Umwandse weiterzuspielen. Tief im Innersten verletzt. 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 Hahaha. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. Worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah. Olga left this for you. Why? That's not true! We can do that… I think we can deal with existing Balls… I believe… Was знаете which plan? We can deal with this earlier.. … isn't it… ...eload… Goodbye! Everyone works good! Geh den rechten Steck nach und nach, um einen vertikalen Slice zu machen. Und links und rechts, um parallel zu dem Grund. Er hat auch Holz zum Teil genommen. Was war da, glaube ich? Sorry. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung holen. Ich finde, das ist exakt ein Sound. Soll ich jetzt doch gegen Snake kämpfen? Ich glaube, du sollst doch gegen Snake kämpfen. Gegen Snake? Ja, klar. Ich glaube schon. Sonst muss jetzt... Das ist aber doch ein Energiebalken. Oder musst du die alle umbringen? Ach, unten? Warte mal, die waren ja... Aber warum hat Snake ein Energiebalken? Deswegen. Vielleicht geht er jetzt zusammen. So. Muss ich ihn ancodecken, oder was? Schau. Außer Snake sehe ich jetzt hier nicht viel über das Spiel. Das ist doch gar keinen Sinn, dass du dich jetzt... Das ist doch gar keinen Sinn, dass du dich jetzt... Was denkst du... Die Reichweite von dem Schwerle... ... ist doch komplett lächerlich... Ich kann es aber nur einschlagen. Es quält mich gerade richtig. Okay, gut, das war klar. Wir werden rausfinden, was passiert, aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Beim nächsten Mal das große Finale von Metal Gear Solid 2? Es sieht alles danach aus. Wir haben das Schwert, wir haben Snake, wir haben Klamotten. Wir haben den Angriff von 25 Metal Gear Rays. Es ist alles bereitet für ein großartiges Finale. Ja, auf jeden Fall. Das klingt so richtig nach Spaß für die ganze Familie. Ja, muss ich sagen, das ist das nächste Mal. Wenn es dann heißt Metal Gear Solid 2, bye bye. Beste Spiel, ja. Hä? 2-Klinge. Hä? Wie, mach ich das jetzt mit Viereck, oder was? HF-Blade Rot? Was ist der Unterschied zwischen der roten Klinge und der blauen Klinge? Gute Frage. Aber was soll das denn jetzt? Weißt du, die labern an die ganze Zeit mit 1000 Details im Fall, was man tun muss, und etc. Bla. Und dann, wenn du einmal wissen willst, was die jetzt von dir wollen, dann... steck mal das Schwert weg und versuche, um die Mühle zu reden. Alter, das ist... Ich will speichern, ich will nur noch speichern. Das kannst du sagen, weil du ein Held bist. Aber ne mehr Menschen wie ich. Nein, du kommst echt aus diesen Dialogsachen gar nicht mehr raus. Erinnerst du nur den guten Teil, den richtigen Teil, was du getan hast. Es gibt keine richtigen Teil in Mörder. Nicht immer. Und wir sind nicht in diesem, um einen Namen für uns selbst zu machen. Und was sind wir für dich und Otakon kämpfen? Ein Zukunft? Du kannst du zuhören, zu einem Fehler zu sein. Starten jetzt. Deswegen müssen wir jetzt noch schnell... Einmal im Final... Wir haben es sofort. Wir haben es sofort. Findet etwas, was in dir glauben und find es für dich selbst. Und wenn du das machst, pass es an die Zukunft. Beliebe in was? Das ist dein Problem. Komm schon. Du wirst Vater, dann glaub daran. Snake, Rydon, Otakon. Bist du okay? Ja, so sind alle die Städte. Das ist gute Nachrichten. Wie ist alles auf deinem Ende? Okay, für heute. Aber es ist etwas. Was? Die... Da haben wir jetzt ja nicht mitgerechnet, dass wir noch den kleinen Bonus hier bekommen. Ich mach mal kurz den... Ja, es gibt Störungen. Was mit dem Obersten? Genau. Ich werde nicht umhören. So. Jetzt kannst du den auch anfangen. Ich will jetzt speichern. Kann ich jetzt speichern? Yes. Die geht nicht mehr ran jetzt bestimmt. Siehst du? Aber du kannst trotzdem speichern. Yes. Ohne Gespräch. Das ist ein guter... Das ist ein Fortschritt. Ich will nicht mehr... Genau. So. Dann haben wir es jetzt auch wirklich. Haben wir es jetzt, ne? Also, dann machen wir es das nächste Mal weiter. Tschüss. Aaaaaaah!